Auf 1 ist verboten. Sendeverbot für Auf 1. Es war schon ein wenig beklemmend, solche Sätze über uns zu lesen. Dazu die Häme und der Zynismus aus den Systemmedien. Beklemmend, weil sich die Frage stellt, sind wir wirklich heute schon so weit? Wir von Auf 1 haben bewusst abgewartet. Wir haben abgewartet, wie die Systemjournalisten die Masken fallen gelassen haben und wie sie ihren Hass entladen haben. Wie linke und grüne Politiker offene Zensur willkommen geheißen und beklatscht haben. Zensurgaukler und Systemclowns glaubten nun wenige Tage, die Manege zu beherrschen. Doch der Zirkus endet jetzt. Denn alles, was sie herbeigeschrieben und verkündet haben, entspricht nicht der Realität. Und Realität ist nicht etwas, das man sich aus verkrampften Wunschdenken heraus zusammenspinnt oder als Propaganda sendet, sondern Realität ist, was in der Wirklichkeit passiert. Und in der Wirklichkeit passiert gerade das. Auf 1 ist keineswegs verboten. Auf 1 ist auch nicht abgedreht. Weder online noch im Satellitenfernsehen. Auf 1 sendet weiter. Richtig gehört. Auf 1 sendet weiter auch im Satellitenfernsehen. Und einmal öfter bewahrheitet sich, glauben Sie nicht alles, was in den Systemmedien steht. Machen Sie sich selbst ein Bild. Denn es ist richtig. Die oberste Medienaufsicht in Deutschland hat in einer Entscheidung verfügt, dass Auf 1 und unser Satellitenfernsehpartner SRGT etwas in der Zusammenarbeit verändern müssen. Auch dieser Vorgang ist für mich mehr als eigenartig. Aber die Medienanstalt hat nicht verlautbart, dass Auf 1 verboten wäre. Das haben die Systemjournalisten aber daraus gemacht. Allen voran die ARD, die mit ihrem Artikel vorangeprescht ist. Übrigens schon lange bevor der Bescheid überhaupt bei uns zugestellt wurde. Und es ist ein Zeichen unserer eigenartigen Zeit, dass fürstlich bezahlte Staatsjournalisten offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, einen Bescheid richtig lesen zu können. Oder sie wollen ihn bewusst umdeuten, weil es ihr Wunschdenken ist. Weil sie sich wünschen, auf 1 wäre als lästige Konkurrenz endlich verboten. Dieses Wunschdenken äußert sich besonders zynisch bei der ARD. Dort wurde sogar im Link in der Internetadresse des Berichts ein vielsagender Insider-Hinweis eingebaut. Schauen Sie einmal. Der Link zur ARD-Tagesschau lautet nämlich auf 1 schwarz-tot-gold-TV. Nicht schwarz-rot-gold, wie das patriotische Fernsehunternehmen SRGT heißt, sondern schwarz-tot-gold. Das ist kein Zufall, werte Zuseher. Das ist die Art von feixendem, hinterhältigem Humor, den eine völlig abgehobene, anti-deutsche, anti-faschorneilie zelebriert. Schwarz-tot-gold. Tod der Traum von auf 1 im Fernsehen. Statt Patriotismus in schwarz-rot-gold gibt es den Tod. Die Jubelschlagzeile der ARD-Tagesschau folgerichtig. Großangriff aufs Medienkartell gescheitert. Jene ARD, die schon seit einem Jahr vergeblich versucht, auf 1 vom Medien wagt, wegzuklagen, auszulöschen. Die mit 10 Milliarden Euro Steuergeld gemästete ARD, deren Bonzen sich die Taschen mit hunderttausenden Euro pro Jahr vollstopfen. Diese ARD, die gegen auf 1 vorgeht, wo wir ausschließlich von freiwilligen Spendengeldern getragen sind und dieses Geld nicht in Luxusgehälter und Porsche-Dienstwegen investieren, sondern in den Ausbau unserer Arbeit, in den Ausbau unserer Reichweite. Diese ARD war bereits Tage vorab informiert. Sie hatten die Entscheidung vorliegen. Lange bevor auf 1 den Bescheid überhaupt hatte. Der Rest, typisch Medienkartell. Eine Meinung gibt alle anderen vor. Fakten, die nicht passen werden, fallen gelassen. Alle schrieben offenbar von der ARD ab, sprangen auf, taten vielleicht noch etwas ihren Senf dazu. Die Presseinformation der Medienanstalt war hingegen übrigens sehr sachlich. Kein Wort von Verbot, ob aber nur ein einziger dieser Journalisten diese Medieninformation oder den Bescheid wirklich gelesen hat und wie sie sich freuten, wie sie die Zensur feierten. Endlich ist der Angriff auf ihr Medienkartell im Fernsehen abgewährt, denn dort wollen sie ja unter sich bleiben. Hurra, der Staat funktioniert noch, freute sich die Journalie. Der Staat ist noch stark, zumindest wenn es gegen alternative Medien geht. Besonders entlarvend, der größte deutsche Journalistenverband, der sich eigentlich für journalistische Freiheiten und Grundrechte einsetzen sollte, der für die Pressefreiheit kämpfen müsste, Dieser Journalistenverband bejubelte das Verbot geradezu ausgelassen. Sendeverbot gegen auf eins, titelte man in einer Stellungnahme. Und Zitat Der rechtsextreme Sender auf eins kann nicht weiter seine als Journalismus getarnte Hetze verbreiten. Das hat die Landesmedienanstalt von Baden-Württemberg entschieden. Gut, so. Zitat Ende. Nochmal, für die Geschichtsbücher. Was sagt im November 2023 der Deutsche Journalistenverband, wenn gemäß deren Diktion ein TV-Sender verboten wird? Gut, so. Gut, so zum Verbot, sagen sie. Wie gesagt, ich beende hiermit deren Verbots- und Zensurparty. Auf eins ist weder verboten, noch ist unsere Ausstrahlung irgendwo verboten. Totgesagte senden länger. Und wir bespielen weiter 120 Millionen Haushalte in der gesamten Europäischen Union mit dem Satelliten über unseren Partnerkanal schwarz-rot-gold-TV-SRGT. Lassen Sie mich aber dazu noch etwas anmerken. Dass die Medienbehörde innerhalb weniger Wochen gleich mehrere Prüfungsverfahren gegen uns einleitete, mit dem offensichtlichen Ziel, unsere Arbeit und unsere Reichweite zu beschränken, ist mehr als bedenklich. Wie oft mussten wir denn offensichtliche Lügen der Systemmedien erdulden, ohne dass irgendeine Medienanstalt den Medienstaatsvertrag bemühte? Wo war und ist hier die Medienaufsicht? Gibt es Verfahren? Verbote gibt es wohl kaum. Denn selbst die deutsche Presseagentur DPA musste anerkennen, dass drastische Maßnahmen wie Verbote fast nie ausgesprochen werden. Wo waren denn die Medienaufsichtsbehörden? Etwa während der Corona-Zeit? Während der Corona-Zeit, wo ein gesamtes Medienkartell, ein System der Propaganda und der Lüge flächendeckend etablierte. Oder warum haben die Medienanstalten kein Problem damit? Wenn sich die großen Medienhäuser wie ProSieben oder andere im offensichtlichen, nachvollziehbaren Eigentum von internationalen Aktienkonzernen befinden, die von Freimauern kontrolliert werden. Oder warum interessiert sich die Medienanstalt nicht dafür, dass der öffentlich-rechtliche Staatsfunk dem Staat und somit der Regierung gehört und daher nur einseitige Staatseinheitsmeinung ohne jede kritische Berichterstattung zur Regierung verbreitet? Wissen Sie, die Angriffe gegen Auf1 kommen nicht von ungefähr. Zuerst wollte man uns einschüchtern, dann deckte man uns mit Verfahren ein, dann gab es plötzlich technische Probleme seitens der Satellitenbetreiber und unser Programm wurde tagelang im Satellit, im Fernsehen einfach nicht ausgestrahlt. Und jetzt als vorläufigen Höhepunkt schreiben uns die Medien tot, obwohl wir sogar äußerst lebendig sind. Das ist alles kein Zufall. Die aufgewachten und wachsamen Menschen spüren es jeden Tag mehr. Es braut sich etwas Großes, etwas Dunkles zusammen. Es wird etwas geschehen. Und genau für diesen düsteren Abschnitt muss Auf1 kaputt gemacht werden. Das haben Sie so in allen, in allen Ihren globalistischen Planspielen vorbereitet. Das Wiederholen WHO, WEF und EU gebetsmühlenartig. Wir müssen wirklich verinnerlichen, das Recht auf freie Information und das Recht auf freie Meinungsäußerung muss erkämpft werden. Wir bekommen es nicht geschenkt. Und auch das gehört zur Medienrevolution. Dass Millionen Menschen erkennen, dass es Zensur in dieser Zeit gibt. Dass Medien angegriffen werden, weil sie es wagen, die andere Seite zu berichten. Und durch die Berichterstattung der Systemmedien in den letzten Tagen haben das Abermillionen Menschen erfahren. Und die Kommentare waren für das System vernichtend. Denn die Menschen wollen mehrheitlich keine Zensur. Sie wollen kein totalitäres System, wo eine abgekoppelte Herrscherklicke oben sitzt und die Masse unten unterdrückt und ausgesaugt wird. Wo die Oben, die unten gängeln und wo jedem der Kopf abgeschlagen wird, der ihn aus der Deckung hebt. Auch das gehört zur Medienrevolution. Zu erkennen, dass die Medien noch nicht frei sind. Dass es wahrlich ein Kampf ist, diese Freiheit für eine bessere Zukunft zurückzuholen. Wir sind angetreten, um mit Auf1 die Menschen unabhängig und frei zu informieren. Wir sind hier, damit wir die allgegenwärtige Einheitspropaganda durchbrechen. Das werden wir weiterhin so erfolgreich tun. Die Medienrevolution lässt sich nicht aufhalten. Auf1 sendet weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017